Musik Lass uns doch bitte nochmal zurück in die WCW reisen, sprich Ende Mitte der 90er, deine Anfänge bei WCW. Vielleicht auch ein paar Erinnerungen, die du daran noch hast. Wie hat das alles für dich begonnen damals? Wie ist der Reiseleiter entstanden? Der Reiseleiter ist ja erst, ich glaube, 1999 entstanden, aber los ging es schon im Dezember 1996 bei der Christmas Brawl Tour in Baunatal. Denn da habe ich nach der Veranstaltung Nick Held an der Hotelbar kennengelernt, Glacier war auch mit dabei. Und da haben wir uns eben so munter unterhalten und da wurde mir dann gesagt, dass man vorhat, einen Wrestling Sender zu eröffnen. Das spätere DSF Action dann, was ja dann im Juni 1997 gestartet ist. Und dass man dafür eben noch Leute sucht, die da mithelfen. Und ob ich nicht Bock hätte, vielleicht da zu helfen. Und dann bin ich dann in Kontakt geblieben und dann ging es ja dann im Juni tatsächlich los mit DSF Action. Und die erste Veranstaltung war dann die WCW NWU Takeover Tour aus Oberhausen. Das war sozusagen mein erster Tag im World of Wrestling Team. Vorher habe ich ein bisschen Hotlines schon gemacht, aber da war ich zum ersten Mal dann eben mit dabei. Hatte keine wirkliche Aufgabe. Es hieß einfach nur, ja komm halt vorbei, hilf ein bisschen bei Autogrammstunde, bei so Kleinigkeiten und so weiter. War natürlich für mich damals auch eine tolle Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ja 21 und war ja schon ein kleiner Traum für mich, der da wahr geworden ist. Und so kam es dann eben, dass nach der Veranstaltung die Aftershow-Party anstand. Wir waren sowohl zu WCW als auch zu TNA-Zeiten bei Veranstaltungen in Oberhausen immer im Sheraton Hotel in Essen untergebracht. Und da gab es so eine Disco unten drin, so einen kleinen Club. Und da gab es eben die Aftershow-Party. Und alle waren gut gelaunt, alle haben ein bisschen was getrunken. Ich hatte auch schon drei oder fünf Bier getrunken. Drehe mich dann um und beim Umdrehen stoße ich das Bier von Scott Steiner um, sodass das Bier bei Scott Steiner auf der Hose landete. Und Scott Steiner war im Jahre 1997, ich glaube, in einer bestechenden Form und nicht immer gut gelaunt. Da hast du dir dann einen Freund fürs Leben gemacht, oder? Da habe ich einen Freund fürs Leben gemacht oder zumindest für die nächsten 20 Jahre zumindest. Denn an diesem Abend bin ich Scott Steiner dann wirklich aus dem Weg gegangen. Er hat mich auch immer böse angeguckt, wenn ich irgendwie nur in der Nähe war. Und das hat sich dann tatsächlich über die Jahre bei der WCW auch fortgesetzt, dass ich eine Heidenangst hatte vor Scott Steiner und der das natürlich gespürt hat. Der wusste auch noch im Hinterkopf irgendwo warum, aber er hat es einfach gespürt, dass ich Angst vor ihm habe. Und hat sich dann natürlich einen Spaß draus gemacht, auch ganz klar. Bei Veranstaltungen, wo ich kommentiert habe, zum Beispiel bei der Millennium Tour war es glaube ich, oder Millennium Final war es, Millennium Final in Oberhausen, wie er dann mal Richtung Kommentatorenpult gekommen ist und ich mir ja beinahe in die Hosen geschissen habe, muss ich fast sagen, weil Scott Steiner zu nahe kam. In den USA immer das Gleiche. Also ich hatte wirklich Angst. Und gerade so 2000, 2001 war Scott Steiner wirklich teilweise ein übellauniger Mensch. Unberechenbar. Ja, absolut unberechenbar. Und dann kam es also so, dass die TNA First Impact Tour 2009 angesetzt wurde. Erste Tour von TNA damals in Deutschland mit einem fantastischen Teilnehmerfeld, wenn man sich das heute nochmal so anguckt, wer da alles dabei war. Ein Bukati, ein Kurt Angle, die Dudley Brothers und so weiter. Also das war schon wirklich eine tolle Truppe. Samuel Joe war mit dabei und, und, und. Und eben Scott Steiner war auch mit dabei. Ja, und ich dachte schon, super, eine Woche lang mit Scott Steiner im Bus. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Ja, und dann kam es also auch so, dass wir in Nürnberg, das war der erste Tourspot, aufgeschlagen sind und Scott Steiner da gleich reinmarschiert ist. Und die Frage, in welche Garderobe bekommt Scott Steiner, die Antwort lautet, die, die er will. Also er geht rein und setzt sich irgendwo hin und macht sich irgendwo breit. In dem Fall war es, glaube ich, ein Sanitätsraum oder sowas. Und naja gut, auf jeden Fall haben wir uns dann Backstage irgendwann mal hinter dem Vorhang getroffen, als die Halle schon einigermaßen aufgebaut war. Wir haben uns dann hinter dem Vorhang getroffen. Und ich dachte, ich muss ihn jetzt zumindest mal darauf ansprechen, weil wir müssen ja irgendwie eine Woche zusammen verbringen. Und Scott Steiner fand das super lustig. An die Geschichte mit dem Bier hat er sich natürlich nicht mehr erinnert, aber dass ich immer Angst vor ihm hatte, das wusste er noch. Und er fand das dann super lustig und war dann der Meinung, da könnten wir ja jetzt noch mehr draus machen. Dass dann da auch gipfelt ist, dass ich ihm dann die Interviews praktisch geschrieben habe für die Tage, die er abends dann im Ring halten muss, damit die Leute ihn noch mehr mögen. Ob das jetzt in Dortmund war, dass er sagt, das Schönste an Dortmund ist das Autobahnschild, wo Gelsenkirchen draufsteht und so weiter. Also solche Dinge, die halt wirklich immer super ankommen. Ganz einfache Geschichten, die aber den Leuten natürlich auch vermittelt haben, dass er sich mit der Stadtverband beschäftigt hat. Und das ist ja auch mal ganz wichtig, denn nur so kann man ja Emotionen schüren beim Publikum. Und ja, ich wurde an der Krawatte durch den Ring gezogen und in die Ecke geschubst und so weiter und so weiter. Und an diesem ersten Abend in Nürnberg sind wir da so ein bisschen durchgegangen. Und Scott Steiner hat mich dann an der Krawatte und schimpft auf mich ein. Und in dem Moment kommt mein lieber Freund Björn Behrens um die Ecke, der bei dieser Tour als Produktionsassistent mit dabei war und denkt, oh Gott, jetzt ist es um ihn geschehen, das war's. Und war eine sehr witzige Geschichte. Wir haben das dann also wirklich die ganze Tour durchgezogen mit dem Höhepunkt. Dann in der Schweiz bei der TNA-Veranstaltung, die wirklich in die Geschichte eingegangen ist. Jeder, der da mit dabei war, erzählt da heute noch davon, dass Stühle in den Ring geflogen sind. Charmel hat sich dann vom Ring zurückgezogen, weil es ihr zu gefährlich wurde. Und nur Scott Steiner stand da wie ein Fels in der Brandung und hat die Plastikstühle abgefangen. Nur weil er eine Schweizer Flagge im Ring zerrissen hat und so eine tolle Promo gehalten hat. Er hat gesagt, einige werden es wissen, mein bürgerlicher Name ist Rechsteiner und meine Familie kommt eigentlich aus der Schweiz. Und ich bin sehr stolz darauf, dass meine Familie die richtige Entscheidung getroffen hat und dieses Drecksland verlassen hat. Hast du die Promo auch geschrieben? Die ist auch auf meinen Mist gewachsen. Also er hatte mir erzählt, dass er tatsächlich, es ist ja oft das Gerücht rumgegangen, dass er eben deutsche Vorfahren hat. Er hat mir gesagt, es waren tatsächlich Schweizer Vorfahren. Da machen wir doch eine Geschichte draus. Und das war tatsächlich der Höhepunkt der Tour. Alle erzählen heute noch davon, die dabei waren, ob das die Produktion war. Oder wenn man Bukati und Charmel fragt, die können das sicherlich auch noch super dran erinnern. Und Schick Abdul-Baschir ist damals dann eingesprungen, weil Bukka in die Garderobe zurückgegangen ist und gesagt hat, er kämpft hier nicht, das ist ihm zu gefährlich. Und dann ist dann Schick Abdul-Baschir eingesprungen im Main-Event und hat dann eben das Sechsmann-Tagteam-Match in Straßenklamotten im Anzug bestritten. Stell dir das mal vor und das in der Schweiz. Ja, in der ach so neutralen Schweiz. Ja, das war vielleicht auch nicht ganz so schlau vom Veranstalter, Heineken in Dosen anzubieten und nicht in Plastikbechern. Dosen fliegen wunderbar. Und tun weh. Und tun weh. Also der Schweizer in der Schweiz, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Schweiz warst, in Zürich, da kostet die Dose Bio umgerechnet, glaube ich, 53 Euro. Die trinkt man aus, bevor man sie wirft. Im besten Fall natürlich. Ja, sie waren ausgetrunken, bevor sie geworfen wurden, weil der Schweizer, blöd ist er nicht. Lass mich bitte nochmal auf Tom Gerhardt zu sprechen kommen, den ich ja auch sehr, sehr gerne sehe als Hausmeister Graus etc. Und dieses Auspuffmatch. Wer hatte bitte die Idee, den zu buchen, da ein Auspuffmatch zu bestreiten? Das klingt ja fast so, als hätte er da mit dran gearbeitet, dass es auf ihn zugeschnitten ist. Die Idee, ihn zu buchen, wenn ich mich da richtig erinnere, kam dadurch, dass der örtliche Veranstalter in Oberhausen für die Millennium Final Show, die ja dann auch eben bei Premiere übertragen wurde, der örtliche Veranstalter war auch der Manager von Tom Gerhardt. Und so kam also da diese Verbindung, dass man einen Stargast gesucht hat, der eben auch für Medieninteresse sorgt. Und da hat man sich dann eben auf kleinem Dienstweg für Tom Gerhardt entschieden. Und der Plan war eigentlich, Tom fliegt mit zu Starcade 99 nach Washington und zu Nitro nach Baltimore und wir gucken einfach mal, was passiert. Und bis dahin hat sich da eigentlich keiner groß Gedanken gemacht. Es ist dann im Flieger so gewesen, dass wir angefangen haben, uns zu überlegen, was können wir denn da eigentlich machen? Und der Film voll normal war da ja noch nicht so lange her, sodass relativ klar war, irgendwas mit einem Auspuff wäre ja eine gute Idee. Immerhin hat er ja auch in diesem Film einen Auspuff geklaut und so ging der ganze Ärger los. Warum sollten wir das nicht im wahren Leben, in Anführungsstrichen, genau so wiederholen? Also haben wir ihm das so vorgeschlagen, dass wir das so machen, dass er eben irgendwo einen Auspuff klaut, in dem Fall den von Berlin, von Alex Wright, was dann eben in einem Match mündet. Und ja, ich glaube, so ganz begeistert war er am Anfang nicht, als er dann gemerkt hat, das könnte ja auch wehtun. Aber die Idee fand er dann doch gut, weil klar, war ja im Grunde genommen, war es ja auch seine Idee mit dem Auspuff. Also war das Ganze dann so in Washington, dass wir in irgendeinem Auto-Zubehörhändler einen Auspuff gekauft haben. Für kleines Geld. Den haben wir dann unter die Limousine von Rowdy Roddy Piper gelegt. Nick Held stand an der Tür zur Tiefgarage Wache. Nicht, dass Rowdy Roddy Piper kommt, weil der konnte auch ungemütlich werden. Und dann haben wir an der Limousine von Rowdy Piper eben gedreht, wie Tom Gerhard da runterrutscht und den Auspuff abbaut, der ja natürlich gar nicht angeschraubt war, denn das war ja unser mitgebrachter Auspuff. Ja, und Berlin war dann eben derjenige, dem die Limousine offiziell gehört hat. So kam es dann dazu. Wir haben ein paar weitere Sequenzen gedreht. Die gibt es, glaube ich, nach wie vor noch auf YouTube. Ist alles ganz witzig geworden. Wir haben dann ein Training gemacht in München mit Tom Gerhard, der hier in der Boxfabrik in München mit Steve Wright trainiert hat. Und da hat sich dann herausgestellt, dass Tom Gerhard, sagen wir mal so, sportlich nicht unbedingt begnadet ist. Also da ging es tatsächlich mit den einfachsten Sachen, wurde es schon schwierig, ins Ring in die Seile zu laufen und so weiter. Ich musste dann ein paar Sachen einstecken von Steve Wright, damit Tom ungefähr sieht, wie es denn funktionieren könnte. Und ich bin da auch ziemlich untalentiert. Aber es hat zumindest funktioniert. Und ich glaube, so wie es dann tatsächlich gelöst wurde in Kooperation mit der WCW, mit den Agents der WCW, dann eben mit den Tominatoren am Ring, mit den Mama Luchs waren das ja damals und The Wall. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Und die Halle stand ja Kopf und es ist etwas, da reden die Leute heute noch von. Also wir können nicht alles falsch gemacht haben damit. Bestes Comedy. Also ich habe das auch genossen. Und die Tominatoren, die du gerade angesprochen hast, da habe ich auch gerade überlegt, wären alles dabei. War Big Vito war dabei, Johnny the Bull, glaube ich. Genau, und The Wall war eben dabei, damals ja Bodyguard. Und die Anzüge, die Klamotten haben wir extra schneidern lassen. Also da musste bei einer Nitro-Ausgabe kurz vorher, musste dann die Garderobiere von der WCW eben die Maße nehmen, dass wir diese Klamotten schneidern lassen konnten. Das Gleiche ist dann auch im November nochmal passiert, denn irgendwoher musste ja auch Norman Smiley seine Lederhosen für das Oktoberfest-Hardcore-Match herbekommen. Auch eine glorreiche Idee, die ich, glaube ich, mir zuschreiben muss. Und ich traue mich zu wetten, dass Hakima Kuh auch wegen dir eine Lederhose anhatte bei POV. Das ist vollkommen richtig, ja. Das ist vollkommen richtig. Die Idee ist auch tatsächlich von mir und Björn gewesen, aber auch das war, glaube ich, eine lustige Geschichte und Hakima hat es auch Spaß gemacht. Letzte Frage bezüglich WCW. Was macht Nick Held heute? Auch das ist ein gutes Thema. Da würde ich ja fast sagen, über Nick Held, über Lenz Rätzer, über Peter William, über Olli Kopp, über all die anderen, die damals im World of Wrestling Team dabei waren. Da könnten wir doch nochmal eine extra Ausgabe von machen. Dann widmen wir die dritte Ausgabe dem World of Wrestling Team.